Ich darf Sie sehr herzlich gemeinsam mit meinem Kollegen Paul Himmelbauer hier aus der Geschäftsstelle der ÖREG begrüßen zu dieser Veranstaltung der ÖREG-Partnerschaft betreffend die räumliche Dimension, die Digitalisierung. Es ist 9 Uhr, wir haben jetzt schon 120, 130 Teilnehmerinnen dabei, wir haben fast 200 Anmeldungen. Also wir haben da offensichtlich ein Thema identifiziert, gemeinsam an dem Interesse besteht. Wir haben eine sehr breite Teilnehmerschaft aus allen Bereichen der Verwaltung, unterschiedlichen Politik-Ebenen, der Wissenschaft, der Planungs-Community und vielen anderen Fachbereichen. Das Ganze aus Österreich, aber auch von Gästen aus Deutschland, der Schweiz, Belgien und auch aus der Türkei. Herzlich willkommen an alle, die heute hier dabei sind an dieser virtuellen Veranstaltung. Ja, schon hier an dieser Stelle gilt mein besonderer Dank all jenen und es sind fast 20 Impulsgeberinnen, die heute mit ihren Beiträgen das Thema der heutigen Veranstaltung aufspannen und inhaltlich untermauern. Danke, dass Sie sich bereits erklärt haben, hier heute aktiv dabei zu sein. Zweiter großes Dankeschön gilt natürlich unserem Expertinnen-Team, das einem Konsortium bestehend aus dem Future Lab und der Forschungsbereiche örtliche Raumplanung und Soziologie der TU Wien, der Austria Tech, der Zukunftsorte Plattform sowie des Vereins Landluft. Dieses Konsortium, dieses Team arbeitet seit Spätherbst des letzten Jahres im Auftrag der ÖRUG an der inhaltlichen Bearbeitung dieses Themas, aber auch an der prozesshaften Begleitung dieses Themas und Bearbeitung im Rahmen einer Partnerschaft zum österreichischen Raumentwicklungskonzept, einer sogenannten ÖRIC-Partnerschaft. Ein erstes Produkt dieser Arbeit haben hoffentlich viele von Ihnen auch für sich liegen. Es ist ein erstes Zwischenprodukt, aber ich glaube, ein sehr schönes und sehr interessantes Zwischenprodukt, nämlich die aktuelle Ausgabe des Future Lab Magazins, das sozusagen als haptische Ergänzung zu unserer digitalen Konferenz hier heute vorbereitet wird und eben erste Analysen, erste Befunde, erste Hypothesen dieser Bearbeitung auch verschriftlicht und sozusagen damit auch vielleicht noch greifbarer und auch besser nachvollziehbar macht. Ja, ÖRIC-Partnerschaften, viele von Ihnen kennen das Instrument ja bereits. Es ist ein Instrument zur Konkretisierung der Inhalte des österreichischen Raumentwicklungskonzepts und das Thema der Digitalisierung bzw. deren räumliche Effekte war ein Thema, das wir in den letzten Jahren sozusagen als Relevantes erkannt haben und aus dem heraus ist sozusagen diese Partnerschaft aufgesetzt worden. Die zentralen Akteure dieser Partnerschaft spiegeln auch sozusagen die Partnerschaft, wie der Teamrahmen der österreichischen Raumentwicklungskonferenz sozusagen besteht. Es sind mehrere Ministerien, das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, das Klimaschutzministerium, das Ministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Es sind die Bundesländer, es sind der österreichische Städtebund, der österreichische Gemeindebund hier und es sind aber auch die Wirtschafts- und Sozialpartner hier aktiv an dieser Partnerschaft beteiligt. Und auch aus diesem Kreis gibt es heute mehrere aktive Beiträge und auch dafür ein herzliches Dankeschön. Ein explizites Ziel auch des Bearbeitungskonzepts war es und ist es natürlich auch, die Diskussion hin zur Fachcommunity und zur interessierten Öffentlichkeit hin zu öffnen. Und das probieren wir und versuchen wir eben unter anderem auch mit der heutigen Veranstaltung, aber unter anderem auch mit diesem Magazin und auch anderen Elementen, die wahrscheinlich auch noch folgen werden. Ja, räumliche Dimension von Digitalisierung, das ist natürlich so fast der breitestmögliche Überbegriff, den man sich so wählen kann. Wir haben uns aber sehr bewusst dazu entschieden, weil wir sozusagen gesehen haben, dass hier einfach nur sehr grundlegender auch Aufarbeitungs- und Diskussionsbedarf besteht. Und daher ist eben in dieser ersten Phase der Bearbeitung tatsächlich sozusagen die gesamte Breite des Themas in unserer Aufmerksamkeit. Und darauf aufbauend wollen wir dann gemeinsam mit unserem Bearbeitungsteam ab Herbst dann eine Fokussierung zu ausgewählten Fragestellungen vornehmen. Im Kern dieser Bearbeitung steht natürlich die Frage und damit auch der heutigen Veranstaltung, welche Steuerungsmöglichkeiten die Raumordnung, die Raumentwicklungspolitik in Fragen der Digitalisierung und deren räumlicher Dimension tatsächlich hat. Die Fragen, die sich daraus ableiten und stellen, sind natürlich zahlreich. Sie kennen viele davon. Unter anderem die Frage natürlich, welchen direkten und indirekten Einfluss hat die Digitalisierung zum Beispiel auf die Entwicklung der Orts- und Stadtkerne, auf den Online-Handel, auf den Einzelhandel. Welche neuen Wohn- und Arbeitsformen werden damit verbunden sein? Was heißt Digitalisierung für unsere Versorgung, für das Thema im Bereich der Logistik, für den Bereich der Daseinsvorsorge, sowohl im Bereich der Infrastruktur, aber auch der entsprechenden Dienstleistungen, Mobilität, Tourismus? Und man könnte die Liste natürlich auch noch fortsetzen. Die Frage, die uns natürlich auch interessiert, was bedeuten diese Digitalisierungseffekte räumlich für eher städtisch geprägte oder eher ländlich geprägte Gebiete? Welche Rolle kommt dabei auch dem Ausbau der digitalen Infrastruktur, auch in welcher Form letztlich bei? Und auch natürlich die Frage und insbesondere auch im Kontext der österreichischen Raumordnungskonferenz, die Frage, was könnte das und was wird das auch für mögliche räumliche Disparitäten bedeuten? Wird es hier zu einer Vergrößerung kommen oder gelingt es mit Digitalisierung, mit intelligenter Nutzung von Digitalisierung vielleicht auch zu einem Abbau von regionalen Disparitäten beizutragen? Und last but not least ist natürlich eine Fragestellung, auf die wir auch schon in der Diskussion gestoßen sind, die Frage, inwieweit sozusagen unsere bewährten Grundsätze, Ziele, Planungsprinzipien der Raumplanung, der Stadtentwicklungspolitik vor diesem Hintergrund, vor diesen Entwicklungen auch weiterhin Gültigkeit haben? Oder ob es hier vielleicht Instrumente, Nachschärfung bei Instrumenten, Planungsprozessen oder auch beim Umgang mit bestimmten Fragestellungen braucht? Die Diskussion zu all diesen Fragen führen wir natürlich auch vor dem Hintergrund unserer aller Erfahrungen mit der aktuellen COVID-19-Pandemie. Wir haben alle festgestellt, dass das letzte Jahr zu einer dramatischen Beschleunigung und Verstärkung von Digitalisierungsprozessen in unserem unmittelbaren Umfeld beigetragen hat. Und das hat natürlich auch einen unmittelbaren Ausfluss oder Einfluss sozusagen auf die Diskussion und auch vielleicht darauf, was wir uns vorstellen können, was Digitalisierung letztlich für uns, für unseren Fachbereich auch bedeuten könnte. Die Herausforderung für unsere Arbeit im Rahmen dieser Partnerschaft und damit aber auch für die heutige Veranstaltung ist es natürlich, auch die richtige Maßstabsebene zu finden, die richtige Flughöhe zu identifizieren. Und damit sozusagen auch die für uns relevanten Fragestellungen möglichst präzise herauszuarbeiten. Und unsere Hoffnung, unser Ansatz ist es, dass diese heutige Veranstaltung uns dazu eine wesentliche Grundlage bieten wird. Und insofern freuen wir uns auf einen sehr aktiven, interaktiven Austausch mit Ihnen allen. Wir hoffen, von Ihren Erfahrungen profitieren zu können. Und in diesem Sinne darf ich Sie alle nochmal sehr herzlich begrüßen zu diesem heutigen Vormittag. Und ich wünsche uns allen eine wirklich aufschlussreiche, interessante Diskussion. Und darfst du damit weitergeben an den Moderator des heutigen Vormittags, Professor Rudolf Schäumens. Rudi, wo immer du jetzt gerade sitzt, hinter welchem Fenster du dich da verbirgst, ich übergebe es an dich. Dankeschön. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Es ist wirklich eine sehr illustre Runde, die wir heute zusammenbekommen haben. Ich habe gerade mal ganz kurz durch den Bildschirm ein bisschen geswitcht. Man sieht bekannte und noch nicht bekannte Gesichter. Man sieht Kolleginnen aus Verwaltung, Hochschulen, Politik. Begrüßtergang besonders, weil ich es gerade sehe, auch die Bürgermeisterin aus Kalzer und Großglottner. Wunderbarer Urlaubsort, an dem ich da gute Erinnerungen habe. Man sieht, dass wir ein sehr breites Spektrum haben, auch an Teilnehmerinnen. Genau das macht es letztlich aus, dass diese Fachkonferenz nicht nur eine kleine Community anspricht, sondern wirklich eine breite Gruppe von Kolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen anspricht, die sich mit den Herausforderungen der Digitalisierung doch sehr intensiv auseinandersetzen. Ich will Sie heute ein bisschen durch diesen Vormittag bis zum Nachmittag begleiten, moderieren, auch in den Arbeitsgruppen. Und ich hoffe, dass wir diesen Tag wirklich gewinnen können, nicht nur unsere Ergebnisse zu präsentieren. Das haben wir ja im Future Lab Magazin letztlich in dem Haptischen schon gemacht, sondern dass wir die Möglichkeit haben, in Diskussionen zu kommen, uns auszutauschen und Sie uns weitere Inputs geben können für das, mit dem wir uns in Künfte auseinandersetzen werden. Ich will jetzt mal ganz kurz meinen Bildschirm freigeben. Also ich hoffe, dass das funktioniert und dass Sie alle was sehen, was ich jetzt gerade Ihnen einblende. Es ist ein kleiner Einstieg in das Thema und die Vorstellung des Programms. Vorweg, Sie haben das gemerkt ganz zu Beginn, das ist jetzt in der Regie was anderes vorgesehen, dass die Keynote wird aufgezeichnet und auch der erste Teil schon wird aufgezeichnet. Wer das nicht möchte, der sollte bitte seine Kamera ausschalten, seinen Namen löschen oder einen fiktiven Namen eingeben. Das ist uns egal, aber uns wäre wichtig, eben dieses aufzuzeichnen und das nachher auch die Keynote entsprechend öffentlich zugänglich zu machen. Das betrifft eben nur die Keynote, die Arbeitsgruppen gleich selbst in den Sessions, die werden nicht aufgezeichnet werden. So, jetzt muss ich mal auf die andere Folie gehen. Ich beginne damit mit der ersten Folie. Warum ist das Thema eigentlich interessant? Und Markus Seidel hat, glaube ich, auch schon einen guten Einstieg gegeben. Deshalb werde ich mich ganz, ganz kurz fassen. Wir merken sehr deutlich und das massiv eben auch beschleunigt und sichtbar gemacht durch die Covid-Pandemie, wie stark der Einfluss der Digitalisierung unserer alltäglichen Lebenswelten ist. Jeder ist mittlerweile gewohnt, den Privaten mit einem Telefon zu arbeiten, wo die Telefonfunktion nur noch nebensächlich ist, weil wir viele Dinge einfach selbst das Einkaufen über ein kleines Gerät organisieren, auf der Couch sitzen. Wir wissen aber nicht und wir spekulieren derzeit nur, wie sich die Auswirkungen, die Digitalisierung räumlich auswirkt, was das bedeutet für die Raumplanung, was es bedeutet für die Entwicklung der Städte und Regionen, was es bedeutet für die Veränderung von Arbeits- und Lebenswelten. All das sind Dinge, die wir noch sehr spekulativ betrachten, wie auch dieses Zitat aus der Forschungsarbeit des DIFUS aus dem Jahr 2019, was schon darauf hinweist. Wir stellen eher Fragen, als dass wir Antworten geben können. Aber diese Stellen von Fragen ist unglaublich wichtig, weil wir darüber uns selbst positionieren und auf Dinge hinweisen, die entscheidend sein werden. Hier nur eine Folie, die ich nur ganz kurz exemplarisch aufrufen möchte, weil da werden wir uns noch intensiver mit auseinandersetzen. Wir wissen, dass wir uns einer sehr stark transformativen Phase befassen. Wir reden über Begrifflichkeiten wie Entgrenzung von Wohnen und Arbeiten. Es spielen Aspekte mit hinein wie Multilokalität, Multichannel, alles neue Begriffe, die fast selbstverständlich Eingang gefunden haben in unseren Sprachgebrauch. Und wir reden stärker von hybriden Nutzungen und merken damit, dass sich die klassischen Funktionswelten verändern, um das sich auch unser klassisches Verständnis von dem, was Raum, was Politik, was Planung ausmacht im digitalen Zeitalter, doch wirklich tiefgreifend verändert. Und da könnte ich jetzt viele Beispiele aufzeigen, die ich jetzt noch ein bisschen auch zurückhalten möchte. Wir werden dabei noch häufiger und intensiver im Laufe des Tages darauf eingehen. Zu unserer Arbeit selbst, Markus Seidel hat es gesagt, das, was wir tun, ist keine klassische Forschungsarbeit. Also wir sitzen nicht in unseren Büros und machen große Studien, sondern bewegen uns in einem sehr dialogischen Prozess, in einer Partnerschaft zu den räumlichen Auswirkungen der Digitalisierung mit Vertretern unterschiedlicher Ministerien, Kommunen, Regionen, darauf gleich näher und bewegen uns wirklich in Schleifen durch diesen Prozess. Hier sehen Sie nur die Übersicht. Derzeit ist diese Fachveranstaltung eins, Gegenstand unseres heutigen Meetings. Wir wollen heute mit Ihnen über unsere Zwischenergebnisse der Querschnittstudie, also in der Breite der Einflussmöglichkeiten der Digitalisierung reden. Und wir werden uns in der Folgezeit nach dieser heutigen Veranstaltung thematisch vertiefen. Welche Themen das sein werden, das ist noch offen. Und wir hoffen uns aber aus den Gesprächen, dass wir von Ihnen einige Inputs bekommen werden. Zur Partnerschaft selbst. Es sind Vertreter verschiedener Ministerien, die Bundesländer, der Städtebund, der Gemeindebund sind vertreten. Also eine Gruppe von Kolleginnen, mit denen wir wirklich sehr intensiv zusammenarbeiten in Workshops. Und wir versuchen eben die wissenschaftliche Ebene mit der praxisbezogenen und der politischen zusammenzubringen, weil nur darüber leisten wir wirklich auch einen guten Diskussionsbeitrag zu dem, was Raumplanung und Raumwirksamkeit letztlich ausmacht. Die Partnerschaft selbst, Markus Seidel hat es eben schon vorgestellt. Das ist ein Konsortium aus der TU Wien, dem Institut für Raumplanung, die sehr stark mit vertreten sind, auf der Plattform des Future Labs. Das ist vertreten der Verein Landluft. Das ist vertreten Austria Tech und Zukunftsorte. Auch da merkt man schon, dass es uns ganz wichtig war, hier wirklich eine breite Gruppe aufzustellen, unterschiedliche Perspektiven hineinzubringen. Denn das Spekulieren macht umso mehr Spaß, wenn die Perspektiven unterschiedlich sind und wir Reibung erzeugen, auch in den internen Diskursen, was wichtig ist. Zum heutigen Programm. Das ist ein sehr ehrgeiziges Programm, ein sehr dichtes Programm. Und ich hoffe sehr, dass wir die Zeiten einhalten können. Vor einer Minute hat Herr Dirk Engelke schon begonnen mit seinem Vortrag. Also wir hängen schon in der Zeit. Also ich würde es trotzdem Ihnen das Programm ganz kurz vorstellen. Beginnen wir gleich Dirk Engelke, den ich gleich noch vorstellen werde, mit einer Keynote. Anschließend wird meine Kollegin Emilia Bruck einen Überblick geben über das, was wir derzeit im Rahmen der Querschnittstudie diskutiert haben, erarbeitet haben. Und dann gehen wir hinein in Diskussionsrunden, die Breakout-Sessions. Sie haben freie Wahl. Also wir haben Sie nicht verbindlich zugeordnet, wie das auch üblich ist in solchen Konferenzen, sondern Sie können Ihren Neigungen folgen, Ihren Interessen folgen. Locken Sie sich ein für eine dieser fünf Arbeitsgruppen, die wir gebildet haben. Die werden alle mal interessant sein. Am liebsten würde man sicherlich an allen Gruppen teilnehmen. Sie müssen sich entscheiden, aber Sie können auch wechseln. Also wer möchte und sagt, das ist langweilig, ich gehe in eine andere Gruppe hinein, der kann das tun. Also Sie haben wirklich freie Möglichkeiten, sich hier positionieren. Und es gibt dann einen Abschlussdialog, nachdem wir auch Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen da mal vorgestellt haben. Einen Abschlussdialog, auch dazu werde ich gleich ein bisschen mehr sagen, wo wir uns da mal Zeit nehmen, für dich weiterzudenken, nicht nur über die räumlichen Wirkungen zu diskutieren, sondern hier geht es vor allen Dingen auch um die Instrumente und Prozesse im digitalen Zeitalter, wie sich diese möglicherweise auch verändern und worauf wir in der Raumplanung entsprechend Wert legen müssen. Ich glaube, Zoom brauche ich Ihnen allen nicht mehr zu erklären. Das wäre vor einem Jahr noch anders gewesen. Ich kannte Zoom noch gar nicht vor über einem Jahr. Mittlerweile ist das ein selbstverständliches Tool geworden, mit dem wir arbeiten, wie Sie Übersichten einblenden können, wie Sie im Galerie-Modus wechseln, beziehungsweise in einem Nebeneinander-Modus, dass Sie Präsentationen sehen und auch die Gesprächspartner im Blick behalten. Ich wollte jetzt weiterleiten direkt zur Keynote und wurde Ihnen vorstellen, meinen Kollegen Dirk Engelke. Wir kennen uns aus verschiedenen Runden und haben gerade schon gesagt, jetzt setzen wir uns hier gegenüber wieder im digitalen Raum und ich hoffe sehr, dass wir bald mal wieder zum physischen Treffen übergehen können. Das ist ein Netzwerk von Dekaninnen und Dekanen unterschiedlicher Planungshochschulen im europäischen Raum. Wir haben regelmäßige Treffen gehabt und seit Corona sehen wir uns nur noch digital. Das wird sich hoffentlich bald ändern. Dirk Engelke ist Professor für Raumentwicklung an der Ostschweizer Fachhochschule in Rapperswil und leitet dort den Studiengang Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung, ist Co-Leiter des Forschungsfeldes Digitalisierung und Raum und ich glaube, es versteht sich jetzt hier auch, warum wir ihn eingeladen haben, weil gerade dieser Fokus uns ganz wichtig ist und ich freue mich ganz besonders, dass er der Einladung gefolgt ist und jetzt hier teilnehmen kann. Dirk Engelke studiert der Bauingenieurwesen, Vertiefung, Raum- und Infrastrukturplanung sowie angewandte Kulturwissenschaften in Karlsruhe. Promotion 2002, Partnergesellschaft gegründet, Netzwerk für Raum. Von 2008 bis 2012 war Dirk Engelke im Vorstand der International Society of City and Regional Planners, ISOCARB, mit Sitz in Den Haag und seit 2012 ist er eben Professor in Rapperswil und dort unter anderem Co-Leiter des Kompetenzzentrums Geoinformation. Dirk, ich gebe dir jetzt gleich das Wort. Ich versuche mal, meine Präsentation zu beenden. Das hat sogar funktioniert jetzt, wenn ich es richtig wahrnehme. Gebe dir das Wort und freue mich auf deinen Vortrag, den du jetzt halten wirst. Dirk. Herzlichen Dank, Rudi, für die freundliche Anmoderation und auch herzlichen Dank für die Einladung, dass ich Ihnen hier die Ergebnisse oder Zwischenergebnisse unserer Forschungsgruppe vorstellen darf. So, ich werde jetzt in den nächsten 30 Minuten mich erst nähern über Phänomene der Digitalisierung, wo wir alle merken, dass Digitalisierung raumwirksam ist. Gehe dann über eine Studie, die wir gemacht haben, die Evidenz dieser Phänomene aufgezeigt hat und werde dann Ergebnisse präsentieren, jetzt mit dem Fokus auf kleine und mittlere Gemeinden. Und das passt sehr gut zu einer der Folien, die wir eben gesehen haben, sowohl räumlich als auch thematisch und werde dann enden so zusammenfassend in drei Diskussionslinien, die aufzuzeigen, die dann vielleicht auch helfen, die weitere Diskussion zu strukturieren. So, wie sich das gehört, starte ich mit einer Begriffsklärung. Ich habe jetzt mal hier zwei Definitionen Ihnen mitgebracht. Das eine ist von Klaus Schwab, dem Gründer des World Economic Forum, der eher eine technische Definition von Digitalisierung beschreibt. Und das andere, wo es darum geht, dass Computer und diese Techniken sind Voraussetzungen, aber es geht um das grundsätzliche Zusammenleben in der Gesellschaft. Und ich werde jetzt auf die zweite Definition setzen, also mich nicht auf das Technische beschränken, sondern genau dieses grundlegende Zusammenleben und eben die räumlichen Auswirkungen davon skizzieren. Wenn wir uns anschauen, wie dieses Computer den Raum prägen oder Digitalisierung den Raum prägen, dann ist eins der Phänomene aus der Vor-Corona-Zeit, muss man sagen, ist sicher Dienste wie Airbnb, die die planrechtliche Festsetzung, die wir getroffen haben, das ist Wohnen, das ist Arbeiten, das ist Erholung, die damit eigentlich unterlaufen wird. Und hier mal eine Studie, die aufzeigt, wie stark Airbnb eigentlich die zugewiesene Wohn- oder Mischnutzung verändert hat. Und rechts sieht man dann auch Wien, dass die inneren Bezirke sehr deutlich in der Vor-Corona-Zeit von dieser geänderten Nutzung geprägt waren. Das Zweite, was man allen halb beobachten konnte, sind die neuen Mobilitätsanbieter, die mit neuen Nutzungsansprüchungen in den Raum und vornehmlich in den öffentlichen Raum kommen. Hier jetzt mal ein Bild aus, ich weiß gar nicht, weil ich glaube, Berlin zeigt, dass auch mehrere diese Mobilitätsanbieter gleichzeitig in den öffentlichen Raum gehen. Und die E-Bikes waren ja die erste Welle, dann kamen dann die Trottis. Also neue Ansprüche an den Raum, mit denen wir uns als Planerinnen und Planer auf ganz unterschiedlichen Raumebenen auseinandersetzen müssen. Und noch ein drittes Phänomen, dass durch Social Media die Nachfrage besteuert wird und auch konzentriert wird. Und das anders, als wir es bisher in klassischer Steuerung von touristischen Strömen gewohnt waren. Hier jetzt mal ein Bild aus National Geographic, also von der Social Media rein in die Printwelt. Das ist das Gasthaus Escher, was eben in Instagram so gehypt wurde, dass letztendlich die Wirte gesagt haben, das ist nicht mehr eine Bergbeiz, das ist ein weltweiter touristischer Magnet und haben das Handtuch geschmissen. Also zu sehen, dass diese Steuerung, die wir bis jetzt haben, dann auch durch Digitalisierung unterlaufen wird. So, und dieser Transformationsprozess, wir haben es doch eben in den beiden einführenden Worten gehört, wir sind in einem Transformationsprozess, aber es ist gar nicht der erste Transformationsprozess, den wir als moderne Gesellschaften durchmachen. Hier mal so die vier großen Transformationsschritte, die Industrialisierungsschritte aufgezeigt. So die industrielle Revolution, wo man dann mit der Dampfmaschine sich von den Flüssen und der Wasserkraft lösen konnte und dann eben auch raumwirksam dieser Transformationsprozess gestartet ist. Dann kamen weitere, wie Elektrifizierung, Massenproduktion, Automatisierung, Einzug von IT hinzu, jeweils mit ein paar Schweizer Beispielen hinterlegt und sind jetzt so in der Industrie 4.0 in der Digitalisierung. Und der große Unterschied ist, dass die ersten drei, die sind wie passiert und man hat dann im Nachhinein geguckt, was sind eigentlich die gesellschaftlichen, was sind die räumlichen Auswirkungen davon. Von der Industrialisierung, die kennen wir alle, die Siam-Gruppe mit der Charta von Athen und dieser Funktionstrennung, die sich schon in den letzten Jahren, ja eigentlich schon in den letzten Jahrzehnten aufgelöst hat, mehr zu einem Mixed-Use und wo wir jetzt merken, durch Digitalisierung kriegt das nochmal einen ganz anderen Dreh, eben hybride Nutzung, wie es auch in der Einladung heißt. Und wir sind jetzt in dem Transformationsprozess, wo wir schon zu Beginn des Prozesses merken, da passiert eine tiefgreifende Änderung und wir können den Prozess reflektieren und vielleicht auch ein Stück weit steuern und genau darum geht es ja jetzt hier in der Partnerschaft zu sagen, wie kann man ihn denn räumlich steuern. Wir haben 2017 begonnen, die Forschungsgruppe aufzusetzen, in ähnlichen Prozess, wie der Rudi Scholz es eben skizziert hat. Es ist kein Prozess, der rein aus der wissenschaftlichen Brille kommt, sondern hier durch die zwei Farben verwoben, aus Inputs von der Praxis, Reflexion von der Wissenschaft und jeder Kreis an sich ist eine Phase, aber wie bei einem Kreis, der Halbkreis allein macht es eben nicht rund, sondern es ist immer dieses Dialogische. Und bei unserem Fokus war es wichtig, Digitalisierung nicht als Selbstzweck zu begreifen, sondern das Normative der Raumplanung mit reinzunehmen, den Kernauftrag, dass wir eine nachhaltige Landschafts- und Raumentwicklung durch unsere Steuerung zu sichern haben. Also dass wir Digitalisierung als Werkzeug für diesen Kernauftrag der nachhaltigen Raumentwicklung dann sehen. Wir sind damals 2017 mit diesem Forschungsprojekt gestartet und mittlerweile machen wir Forschung zu Gewerbegebieten. New Work ist ein ganz großes Thema und eine nahe Erholung. Wie sind wir jetzt gestartet, um ausgehend von diesen Phänomenen zu sagen, welche Evidenz steckt denn dahinter? Sind das Einzelbeobachtungen oder kann man sagen, wie Digitalisierung den Raum prägt? Wir haben dazu eine Delphi-Umfrage gestartet, weil es 2017 wenig Literatur gab, keine Evidenz gab. Und zwar klar, wir können jetzt keine quantitative Evidenz nehmen für unsere Forschung, aber sind dann mit dem Delphi auch mit unserem dialogischen Ansatz dann wenigstens in eine qualitative Bewertung reingegangen. 2017, 2018, da waren sie in Wien mit dem Avenue 21 Projekt und haben unter dem Thema automatisiert empfangen, Digitalisierung und Raumentwicklung schon sehr früh anfangen zu reflektieren. In den USA war es der Kollege Nicolako von der University of Oregon, der mit dem Urbanism Next Ansatz Digitalisierung und Raumentwicklung untersucht hat. Oder wenn man nach Deutschland schaut, also einer der ersten, der Thorsten Wichmann, der eine statistische Annäherung gemacht hat an Digitalisierung und auch schon sehr früh die Frage gestellt hat, was macht das eigentlich mit der räumlichen Disparität? Sein Titel war damals Smart Country regional gedacht. Das Spannende daran ist, dass diese drei frühen Forschungsvorhaben alle nicht über die klassische staatliche Forschungsförderung finanziert worden sind, sondern von Stiftungen, von privaten Unternehmen. Das heißt, dort wurde sehr viel früher erkannt, dass das ein grundlegendes Thema auch für die räumliche Entwicklung ist und die staatlichen Forschungsstellen sind erst später auf dieses Thema eingestiegen. Wir hatten eben schon die Gelegenheit, sehr früh dort einzusteigen. Sie sehen rechts die Methodik der Delphi mit den drei Phasen. Und wir haben es in drei Panels gemacht, der Fokus Raumentwicklung, der Fokus Verkehrsplanung und der Fokus Landschaftsentwicklung und haben neben den klassischen Panelgruppen von rund 30 Expertinnen und Experten dann auch die Fachverbände jeweils mit einbezogen, weil uns diese Evidenz von Expertinnen und Experten nicht genügend erschien, sondern wir auch die breite Fachmeinung der Planerinnen und Planer aus der Verkehrsplanung, Raumplanung und Landschaftsarchitektur mit reinnehmen wollen. Und was ich Ihnen jetzt, werde vier Ergebnisse kurz vorstellen, bezieht sich klar auf die Schweizer Sichtweise. Ich denke, vieles davon ist übertragbar, man muss das im Hinterkopf haben, dass wir explizit nur die Schweizer Situation untersucht haben. Das Erste ist die räumliche Dimension der Raumwirksamkeit, also die großräumige Raumstruktur. Und die Umfrage war immer aufgebaut, wird, ist es eine Zustimmung, eine deutliche Zustimmung oder eine Ablehnung oder eine deutliche Ablehnung oder dann eben das Neutrale, dass es keine Auswirkung gibt oder keine Beurteilung der Auswirkung gibt. Und Sie sehen hier, dass die Planerinnen und Planer gesagt haben, so es wird auf alle räumlichen Einheiten Niederschlag finden, das Thema Digitalisierung. Beim ländlichen Raum war etwas mehr Unsicherheit zu spüren, was auch andere Studien bestätigen, dass die Risiken im ländlichen Raum höher sind als in den urbanen Gebieten oder in Agglomerationen. Wenn man dann mal im Maßstab weiter runtergeht und die kleinräumige Raumstruktur anguckt, hier jetzt mal exemplarisch die Frage, was verändert sich denn? Einmal das Thema Parkieren oder Parken. Dass hier die Expertinnen und Experten sagen, ja, das Thema autonomes Fahren und autonomes Parkieren wird den Raum verändern. Aber nicht nur das Bekannte des Parkierens, sondern auch neue Anforderungen kommen auf den öffentlichen Raum zu, so diese Taxi- oder Ein- und Ausstiegszonen. Und die werden ja vermutlich genau dort sein, vor den Eingängen in die Fußgängerzone, vor den großen Kinos, vor den großen Theatern. Also überall dort, wo wir heute kein Parken erlauben, wird zukünftig ein neuer Raumanspruch entstehen, mit dem wir als Planerinnen und Planer umgehen müssen. Dann die Bewertung des fließenden Verkehrs, wie der sich verändert, ist dann schon sehr ambivalent, sodass man da tiefer gucken muss, wer hat denn da was gesagt. Vielleicht noch ein kurzer Blick, nicht nur in den physischen Raum, sondern auch in die Konstruktion von Raum. Die Landschaftsarchitektur arbeitet ja eigentlich viel stärker als die Raumplanung mit der Konstruktion von Raum. Und auch hier die Frage, wie sieht es denn aus mit Gegenentwürfen zu einer digitalisierten Welt? Und hier auch eine Zustimmung zu sagen, ja, das wird ein Thema. Ob das jetzt gleich die Off-Räume sind oder ob es ein anderer ist, das steht dann auf einem anderen Blatt, aber es ist ein Thema. Auch die Landschaft im Kopf wird sich verändern. Jetzt neben der räumlichen, auch die zeitliche Dimension angucken, war hier eine Frage an die Expertinnen und Experten. Wie sieht es denn mit der Serien- und Marktreife von den vollautomatisierten Fahrzeugen aus? Also Level 5 in der Automatisierung, dass da die Einschätzung ist, dass das Thema Parkieren in den nächsten fünf Jahren Serien- und Marktreife erreicht. Und damit ist jetzt weniger gemeint, dass ich noch im Auto sitze und nicht mehr kurbeln muss, sondern interessant wird es ja dann räumlich, wenn ich aussteige, mich vom Auto entferne und das Auto selbstständig einparkt oder selbstständig in die Tiefgarage fährt, weil dann können wir auch zu anderen Dimensionen von Parkflächen kommen. Und das Thema vollautomatisiertes Fahren wird eher in der Autobahn oder auf der Autobahn kommen und in ungefähr 20 Jahren plus dann auch im Stadtraum. Das deckt sich jetzt in den Zeiträumen auch mit anderen Studien. Aber planerisch ist natürlich interessant, dass fünf Jahre das Thema Parkieren schon sehr bald ist und dass wir die Infrastrukturen, gerade die städtischen Infrastrukturen, nicht in einmal umbauen können und sagen, jetzt sind Sie fit für die Digitalisierung, sondern das ist ein Prozess, der jetzt startet, aber in 20 plus x Jahren dann nochmal die nächste Umbauwelle hat. Und vielleicht noch eine letzte Folie aus unserer Studie. Wir haben gefragt, die Akteure, wie schätzt ihr euch denn selber ein? Es gibt diesen Trend, es gibt diesen bestätigten Trend, Digitalisierung und Raumwirksamkeit. Wer sind denn die Treiber? Und dort sieht man klar, dass die Raumplanerinnen und Raumplaner sagen so, zurückhaltend sind wir nicht, wir achten da drauf, wir adaptieren, aber Treiber, das sind wir garantiert nicht. Wo für uns dann in der Forschungsgruppe die Frage war, ja, wenn es denn nicht die Raumplanerinnen und Raumplaner sind, die sich um den Raum und die Digitalisierung im Raum kümmert, wer soll es denn dann sein? Und deshalb haben wir in diesem Forschungsprozess zusammen mit den verschiedenen Akteuren aus den genannten Feldern uns dann entschlossen, das Endergebnis in Form eines Zukunftsbildes zu formulieren und dieses Zukunftsbild dann auch bewusst auf die örtliche Ebene, gerade die kleineren und mittleren Gemeinde dort aufzuzeigen, wie Digitalisierung dann den Raum und ganz konkret die Gemeindeentwicklung prägt, um eben dieses Verständnis dafür zu unterstützen, dass Digitalisierung den Raum prägt und dass Digitalisierung auch steuerbar ist. So, das ist jetzt das Zukunftsbild. Wir gehen nachher noch auf einzelne Themen näher ein, also bewusst auch in diesem Lego Gamification Style, wie Sie es auch gewählt haben und wie man das bei ganz vielen Publikationen sieht, dass man zum Digitalen noch was Physisches, was Papierendes dazu dann auch noch bringt, um eben nicht nur in einem digitalen Raum zu sein. Wenn ich sage Fokus kleine und mittlere Gemeinden, dann ist das auf Schweizer Ebene so 10.000, 15.000 Einwohnerinnen und Einwohner in der Gemeinde, weil selbst die mittleren Gemeinden, wie beispielsweise St. Gallen mit 80.000, hatte schon sehr früh ein Chief Digital Officer, der eben das ganze Thema Digitalisierung und Stadtentwicklung vorangebracht hat. Wir wollten mit dem Zukunftsbild aufzeigen, wo Digitalisierung wirksam wird, auch wenn man sich vielleicht nicht als Digitalisierung und technisch sofort sieht, aber die Wirksamkeit ist da und vor allen Dingen, wo dann die Gemeindepräsidenten und Gemeindepräsidentinnen auch Steuerungsmöglichkeiten haben und die Digitalisierung nicht nur begleiten, sondern sie auch aktiv mitgestalten können. Ich gehe jetzt mal rein, starten wir vielleicht im zentralen Raum, dem öffentlichen Raum und sehen, wie Digitalisierung den öffentlichen Raum prägt. Wir haben dann kurz aufgezeigt, wie jetzt hier das Thema Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum mit den wandelnden Ansprüchen weiterentwickelt werden kann. Also es geht um eine Fokussierung des öffentlichen Raums, weil gerade der unter Druck gerät, das sind nicht nur die neuen Mobilitätsformen, das sind auch andere Nutzungen, die in den öffentlichen Reihen kommen und dass es hier wichtig ist, das konzeptionell zu begreifen, um die Digitalisierung nutzen zu können und dann gerade im öffentlichen Raum auch Projekte umsetzen kann, weil der öffentliche Raum weniger planerisch dicht belegt ist, als im Wohnungsbau, in der gewerblichen Nutzung. Und Sie merken auch hier, das Thema Digitalisierung und Technik taucht nicht auf. Viele würden sagen, ja, das sind ja Ratschläge, planerische Ratschläge, die an sich auch vor Digitalisierung oder ohne Digitalisierung wichtig sind. Das war uns hier wichtig, eben die Digitalisierung als Werkzeug zu begreifen und nicht als Selbstzweck zu nehmen. Wir haben dann für jedes dieser Fokusthemen so kurze Empfehlungsblätter erarbeitet, zu sagen, wo, wie spielt Digitalisierung in diesem Punkt jetzt hier die öffentlichen Räume rein und welche Empfehlungen dazu können wir geben? Jetzt mal hier in die Empfehlung rein. Einmal aufgenommen, Erfahrung zu öffentlichen Räumen, wie das durch Digitalisierung geprägt wird und weiter geprägt wird und dann klare Empfehlungen. Und hier beim öffentlichen Raum fällt also ganz deutlich auf, da taucht das Thema Digitalisierung und Technik gar nicht auf, sondern es ist dann, wenn es um Entwicklung des Zukunftsbildes geht, die partizipativen Verfahren. Wenn es darum geht, Nutzung im öffentlichen Raum nachzuvollziehen über Daten, da spielt dann das Digitalisierung, das Thema Digitalisierung eine Rolle. Aber es gibt auch Räume, wo Digitalisierung nicht so prägend ist wie in anderen Bereichen. Wir haben da noch andere Themen untersucht. Hier haben wir gerade ein paar, die auch schon in der Anmoderation genannt wurden. Das Thema Logistik, also dieser Kurier-Express-Paketdienst, diese Stationen, die eine andere Art von Mikrologistik ermöglichen und vielleicht auch eine Chance sind für Stadtzentren, für Quartierszentren, sich mit einer anderen Nutzung dann die wegfallende Einkaufsnutzung dann zu ergänzen. Oder dann noch einen letzten Spot, das ganze Thema Parkieren, eben schon mal genannt. Da wird es natürlich dann technischer. Was ist zu beachten? Welche technischen Neuerungen? Und wie kann man eben dieses flexible und reversible in den Parkierungsflächen mit berücksichtigen, weil wir eben wissen, dass sich diese Infrastruktur noch wandeln wird? So, das war jetzt die, so ein paar Spotlights auf das Zukunftsbild. Ich schaue mal kurz auf meine Zeit. Dann würde ich sagen, ich gehe nicht auf weiteres ein. Kann ich bei Rückfragen gerne machen. Und würde jetzt gerne so eine Ebene höher, steigen auf eine Meta-Ebene und sagen, wie funktioniert denn die Umsetzung dieses Zukunftsbildes? Und dort haben wir ein Ablaufmodell entwickelt. Wir haben Smart City Onion genannt, mit einem Augenzwinkern, natürlich rund wie das Smart City Wheel, weil ähnlich wie der Floyd Cohen die Themen aufgezeigt hat, wollen wir eigentlich den Prozess aufzeigen, wie man Digitalisierung für die Kernaufgaben, für die nachhaltige Landschafts- und Raumentwicklung nutzen kann. Das eine ist die Tiefe der Systemintegration. Ich hatte jetzt hier einzelne Projekte vorgestellt, die man als kleine Gemeinde starten kann. Das Thema Aufwertung des öffentlichen Raums, Partnerschaften für den öffentlichen Raum, das kann man auf Projektebene starten. Beispielsweise hat die Stadt Rapperswil schon sehr früh experimentiert, auch zusammen mit der Hochschule, hat die Mülleimer mit Sensoren ausgestattet, um einfach mal Erfahrungen zu sammeln, von technischer Umsetzung bis Datenschutz und hat einen Großteil der Sensoren wieder abgebaut, weil sie ja das Wissen ist jetzt nicht unbedingt handlungsleitend. Dort, wo sie nach wie vor im Betrieb sind, ist es in Außenbereichen, weil dort kann man zusammen mit dem Füllstand der Mülleimer und dem Wetterbericht sehr gut über Littering auch jenseits des Mülleimers Aussagen treffen. Also aus den Mitprojekten Erfahrungen sammeln und daraus dann Konzepte zu entwickeln, weil sowohl die Technik als auch die gesellschaftliche Relevanz ist eben noch nicht sehr breit erforscht. Das heißt hier auch als kleine Gemeinde Erfahrungen sammeln, auch den örtlichen Kontext mit bedenken, dann Konzepte daraus entwickeln. Das können dann Smart Cities, Smart Country Konzepte sein. Und irgendwann stoßen diese Konzepte eigentlich immer in eine gläserne Decke, wo man dann hingehen muss, das System zu ändern. Sei es beim Thema Parkieren, wir können die Parkflächen heute, selbst wenn es technisch fortgeschritten ist, können wir die nicht einfach kleiner machen. Da gibt es Rechtsnormen. Das heißt, in ganz vielen Bereichen, auch in öffentlichen Räumen, wenn ich jetzt nur die beiden Beispiele nehme, müssen wir an die Rechtsnormen ran. Aber in einem föderalen System können ja Gemeinden, Bundesländer, Kantone genau auf diese Grenzen auch einwirken und dort ein Systemwechsel oder eine Systemanpassung erlangen. Das eine ist dann die Systemintegration. Die zweite Frage sind dann die Frage der Steuerung und der Eingriffsebenen. Nicht so den oberen Thema ist Raum und Mensch. Das ist klassische Raumplanung, dass wir durch den Menschen, Nutzung durch den Menschen, dass wir das dem Raum zuordnen. Wohnzonen, Arbeitszonen sind so ganz klassisch planerische Zuordnung. Das ist nicht neu. Neu wird es jetzt in der Digitalisierung, wenn die Dimension Daten dazu kommt, weil wir können den Raum nicht nur analytisch mit Daten beschreiben und die Nutzung des Menschen mit Daten beschreiben, sondern wir können natürlich auch über Daten die Nutzung steuern und damit dann auch die Raumwirksamkeit steuern. Das, was Sie in dem eben schon benannten Future Lab Magazin mit Hybrid bezeichnen. Es gibt Ansätze dazu schon in der Schweiz. Beispielsweise kann man Fahrtenmodelle an Baugenehmigungen knüpfen. Es gibt, wie sich in der Schweiz auskann in Bülach, eine Wohnbebauung, die dort über ein Fahrtenmodell geregelt hat, wie viel Parkflächen letztendlich gebaut werden müssen oder nicht, weil eben nicht die Parkflächen reguliert werden, sondern die Anzahl der Ein- und Ausfahrten. In einem großen Shoppingcenter in Zürich ist das ähnlich, weil die Ein- und Ausfahrten das sind, was die räumliche Wirkung ausmacht und nicht, wie viele Stellplätze dann letztendlich in der Tiefgarage sind. Oder wenn wir in die Landschaftsentwicklung reingehen, Biketrails werden gemonitort, um zu sehen, wie viel Aktivität ist auf den Biketrails, weil eine gewisse Aktivität ist für die Perke oder die Naturwirkung der Perke unproblematisch. Wenn sie aber zu viel wird, muss man gegensteuern und hat jetzt beispielsweise in der Covid-Zeit gemerkt, dass die Biketrails verstärkt nachts genutzt werden, was natürlich auf das Ökosystem noch mal eine ganz andere Wirkung hat und konnte dann entsprechend gegensteuern. Also hier noch mal zusammengefasst die Smart City Onion. Es geht um die Systemintegration. Anfangen mit kleinen Projekten, über Konzepte das System ändern. Und ich meine, wir würden das System schon kennen und könnten es von oben über Änderung des Systems ändern und bewusst die Dimension Daten mit einbeziehen, um die räumliche Entwicklung zu steuern, weil wir damit auch als Raumplanerinnen und Raumplaner neue Steuerungsmechanismen haben und nicht immer nur nachsteuern, sondern dann eben über die Auswirkung steuern können. Hier noch mal das Zukunftsbild. Es ging also darum, Digitalisierung nicht nur als Treiber der räumlichen Entwicklung aufzuzeigen, sondern auch aufzuzeigen, wie man Digitalisierung zum Treiben in Richtung Nachhaltigkeit nutzen kann, gerade für kleinere und mittlere Gemeinden. Ich möchte jetzt schließen mit der Zusammenfassung und drei Diskussionslinien aufzeigen, die aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht in der Forschungsgruppe die entscheidenden Linien sind, wenn wir über Digitalisierung und Raum sprechen. Das eine ist die Raumwirksamkeit der geänderten Nutzungsansprüche. Ich habe es am Anfang mit den Phänomenen und mit der Delphi-Studie versucht aufzuzeigen, dass wir als Planerinnen und Planer die Raumwirksamkeit deutlich breiter betrachten müssen, als wir es bis anhin in klassischen Planungsverfahren gemacht haben und dort auch wesentlich früher in die Analyse rein müssen. Das ganze Thema New Work ist eins, wo wir jetzt so die einzelnen Phänomene merken. Wir merken hier, dass das große Headquarters ihre Büros umbauen und so über den Daumen nur 70 Prozent der Arbeitsplätze nach Covid wieder zur Verfügung stellen. Es gibt aber auch einzelne Unternehmen, die sagen Home Office Forever. Das hat was mit dem Gewerbe- und Dienstleistungsflächenangebot zu tun. Das hat aber auch was mit Zentralitäten zu tun, mit Quartiersfunktionen. Das Zweite ist, die neuen Ansätze zur Steuerung der Raumnutzung auch aktiv zu nutzen. Und wenn wir das tun, dann ist das Thema Daten auf einmal ein raumplanerisches Thema, weil es kann verkürzt gesagt nicht sein, dass Daimler und Google darüber streiten, wer die Verkehrsdaten zukünftig in der Hoheit hat und wir als Raumplanerinnen und Raumplaner immer noch Zählschleifen in den Straßen verbudeln müssen. Wir brauchen die nicht in Echtzeit, wir brauchen die nicht tagesaktuell, aber auch wir müssen uns als Planerinnen und Planer in Erfüllung unserer öffentlichen Aufgabe, müssen wir uns um das Thema Daten bemühen. Und eine letzte Diskussionslinie, die ich jetzt nicht eingegangen bin, die aber definitiv nicht unwichtig ist, die Frage der raumbezogenen Aushandlungsprozesse. Das, was man Beteiligungsprozesse oder hin zu Co-Design-Ansätzen, Geodesign-Ansätzen, dass auch hier neue Möglichkeiten warten und neue Anforderungen warten. Wir haben das in der Schweiz gemerkt, mit der direkten Demokratie und in vielen Ortsverfassungen festgelegt, die physischen Gemeindeversammlungen, die über Planung abstimmen mussten. Und dass man komplexe Planung bis jetzt der Meinung war, das kann man nicht über Papier, übers Internet rüberbringen, aber es jetzt musste über diese lange Zeit und dort eigentlich viele von Start-ups, von innovativen Gemeinden sehr innovative Formate gefunden haben, auch komplexe Planungsprozesse nicht nur zu erläutern, sondern eben auch dialogischer zu gestalten, um hier eben auch die Chancen der Digitalisierung aufzugreifen. Damit wäre ich am Ende von meinem Input. Danke Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und das Zukunftsbild und weitere Informationen finden Sie auch auf unserem Blog raumdigital.ch und können mich auch gerne bei Fragen kontaktieren. E-Mail und Telefon sind eingeblendet. Herzlichen Dank. Du hast Bezug genommen auf das Thema dieser automatisierten Systeme im Mobilitätsbereich, den Fahrzeugen, die das Parken besser machen. Die positive Nachricht ist, wir können die Stellplätze wesentlich effizienter organisieren, können flächensparender bauen. Die negative Nachricht ist, dass das Parken, das lästige, in die Stadt fahren, Parkplatz suchen, plötzlich entfällt und unsere komfortgetriebene Welt führt möglicherweise dazu, dass man erst recht in die Stadt fällt, weil das Auto sich selbst seinen Parkplatz sucht. Also die Nebenwirkungen, die Effekte, die damit verbunden sind, sind so tiefgreifend. Man kann es in beide Richtungen diskutieren und die Frage ist jetzt, wie beeinflussen wir die Entwicklung? Wie steuern wir diese Entwicklung? Und das ist ja eine Kernfrage der Raumplanung. Ich habe einen Hinweis bekommen von Martin Berthold, der verweist eben auch darauf, auf den Arbeitskreis digitale Transformation, der SL, die sagen, die Raumplanung sind an sich jene, die Digitalisierungsbeauftragte werden müssten in den Städten, weil diese ferne Zukunft plötzlich unglaublich nah ist. Themen, die du da angesprochen hast, wie gehe ich mit Daten um? Wie kann ich evidenzbasierte Planung betreiben? Wo steuere ich Entwicklungen auch gegen? Welche Rolle spielt der physische Raum? All das sind Dinge, die mehr oder minder mit der digitalen Welt in Verbindung stehen. Eine Frage hätte ich aber an dich noch. Du hast zu Beginn gesagt, in eurer Studie kommt heraus, dass die Risiken in ländlichen Räumen größer sind. Kannst du da noch kurz ein paar Sätze zu sagen, wie definieren sich diese Risiken der Digitalisierung unterschiedlichen ländlichen Räumen zu städtischen Räumen? Vielleicht ganz kurz vorher zum Thema automatisiertes Parken. Das passiert ja in zwei Schritten. Das eine ist, dass es recht früh kommt und dann fahren wir wahrscheinlich noch selber dahin und dann ist genau dieser Komfort da. In 20 Jahren, wenn die Autos selber fahren, müssen wir Parken regionalisiert haben, weil sonst entscheiden die Autos, wo geparkt wird und nicht wir Planer oder das öffentliche Interesse entscheidet dann. Also da müssen wir dann auch in diesen Systemwechsel rein. Und jetzt zum ländlichen Raum. Wir hatten nur die Raumwirksamkeit abgefragt und dort kam eben diese leichte Ambivalenz für den ländlichen Raum raus. Es gibt aber Studien vom SECO, die für die Politik des ländlichen Raums zuständig sind und die haben in ihrer Studie das näher beleuchtet, was das Risiko ist. Und das Risiko, wenn man es kurz zusammenfasst, die Systeme werden sich in Städten, in Agglomerationen wirtschaftlich selber tragen, im ländlichen Raum nicht. Und das macht letztendlich das Risiko aus. Es gibt ja noch eine andere Frage, die vielleicht auch bei euch eine Rolle gespielt hat. Wir haben immer die Erfahrung gemacht, dass gerade immer die Auswirkungen der Digitalisierung sehr breit gelegt sind, sehr tiefgreifend sind. Und es wirklich, also du hast eben zum Schluss davon gesprochen, wir müssen das System ändern. Aber das System ändert sich ja so gravierend. Unsere Instrumente sind nicht darauf ausgerichtet. Und unser Eindruck war, dass gerade in ländlichen Räumen, regionalen Räumen diese Tiefe der Transformation auch noch nicht so bearbeitet werden kann, wie sie notwendig wäre. Also die Steuerungsebene, hat das bei euch eine Rolle gespielt? Also wie haben wir die Kompetenzen, das zu tun? Oder müssen wir nicht ganz neue Kompetenzen mit hineinbringen? Also es stimmt schon, da teile ich deine Einschätzung, dass es im ländlichen Raum, weil der ökonomische Druck nicht so da ist und weil dieses Alltäglichkeit der Digitalisierung im ländlichen Raum nicht so prägend ist. Aber ob wir gänzlich neue Kompetenzen brauchen oder ob wir nicht die bestehenden Instrumente, die wir haben, ändern können. Also auf lange Sicht müssen wir von dieser Flächenwidmung oder Nutzungssteuerung der Flächenwidmung müssen wir weg oder zumindest ganz klare Ergänzungen haben, weil das wird auf Dauer nicht tragen. Diese hybride Nutzung, dieses Verfließen von Wohnen und Arbeiten, das merken wir ja gerade selber, das wird je länger, je mehr nicht funktionieren. Also da brauchen wir eine Erweiterung dessen und da müssen wir anfangen, weil die ersten Fahrtenmodelle in der Schweiz wurden dann von den Gerichten auch wieder kassiert. Die neueren Fahrtenmodelle werden anerkannt. Es gibt auch im Gewerbebau, in Zug, beim Technologie-Cluster-Zug, die einen Bebauungsplan haben, der Rechtssicherheit und Flexibilität für die nächsten Jahrzehnte bietet. Also der Bauetappen hat und festlegt, was in diesen Bauetappen an Nachweisen kommen kann und das Maximale gar nicht ausschöpfbar ist, aber die Betreiber, und das ist natürlich wichtig, dass Industriegebiete oder Gewerbegebiete auch gemanagt werden. Also wir müssen stärker in das Management des Raums rein. Dann kann man auch Instrumente, auch bestehende Instrumente in zeitlichen Staffelungen umbauen. Ich beginne mal mit der Frage von Christian Rosenwirt, der fragt, wie die Erfahrungen in Einzahl Gemeinden im Zukunftsbild an andere Gemeinden disseminiert werden oder wie sieht dieses Netzwerkbild und kannst du da kurz was zu sagen, welche Rolle spielt ihr da oder wie sieht die Zusammenarbeit letztlich aus? Wir arbeiten momentan in der ersten Phase mit den Gemeinden bei uns in der Lindebene zusammen, so als ersten Schritt. Es ist dort mehr umzusetzen. Wir sind jetzt gerade dabei, das Zukunftsbild ist fertiggestellt und mit denen, die dabei waren, geht es jetzt in die Umsetzung und jetzt auch in die Breite und das wollen wir einfach räumlich auch steuern. Erstmal das nahe auch ein Stück weit auf Zeit spielen, dass wenn dann wir wieder vor Ort mit den Akteuren vor Ort sprechen können, dann in die Breite zu gehen und das jetzt nicht über dieses technische Medium zu machen. Okay, es gibt zwei Fragen, die ich ganz spannend finde. Eine von Melanie Doberny-Glutz. Also was waren die zentralen Thesen betreffend Zentralitäten? Ich glaube, das ist, also wie erinnern sich die in dem Zusammenhang eine Frage, die an mich adressiert war. Ist Engelke nicht der Meinung, dass die Digitalisierung eigentlich die Chance für den ländlichen Raum ist? Also ich habe das eben ja bewusst gesagt, das sind die Risiken am größten. Ein Kollege dreht das um, was ich spannend finde. Ist das nicht auch eine Chance, weil da kommt jetzt plötzlich die Planung hier anspielt? Also Frage Zentralitäten, Thesen und Chance ländlicher Raum. Kannst du kurz was dazu sagen, Björk? Ja, ich kann nicht eindeutig sagen, ob es eine Chance ist oder ein Risiko für den ländlichen Raum. Es gibt klare Chancen, gerade das Thema New Work, nicht mehr alle kehren an den Arbeitsplatz zurück. Ist das Thema Coworking als neue Nutzung oder urbane Produktion oder dann ländliche oder urbane Produktion auch in kleineren Gemeinden kann eine große Chance sein. Muss man aber immer zusammen mit der Verkehrsentwicklung sehen, weil wenn dadurch die Verkehrsleistung steigt, weil wir täglich längere Wege zurücklegen, ist das vielleicht eine Chance für den ländlichen Raum, aber auf gesamter Ebene vielleicht auch nicht nachhaltig. Also da muss man sehr genau gucken, aber es gibt Chancen, keine Frage. Auch der soziale Zusammenhalt, der ja im ländlichen Raum an sich stärker ist, aber auch vielleicht nicht immer so stark, wie man meinen mag, kann man eben mit digitalen Lösungen auch unterstützen. Wir haben in einer Arbeitsgruppe der Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg, der Akademie für Raumforschung und Landesplanung, sind wir dem nachgegangen und haben dort die These aufgestellt, wir denken Infrastrukturen immer über das gesamte Land. Das geht von ÖV-Versorgung, Gesundheitsversorgung, Bildung. Wenn der ländliche Raum anders funktioniert, muss man ihn gleich organisieren oder kann man sagen, der hat einen höheren Grad an Selbstorganisation und es ist Aufgabe des Staates, diese Selbstorganisation sicherzustellen, aber der kann das Thema ÖV, das Thema Gesundheitsversorgung, kann komplett anders organisiert sein und es ist aber dann wichtig, Übergabepunkte zu schaffen. Das müssen jetzt nicht die in Deutschland geliebten zentralen Orte sein, dass man ein Daft-Konzept ansetzt. In der Schweiz gibt es dieses Modell der Stützorte, die haben eine Raumfunktion jenseits des Ortes, der Einzugsbereich, sind wir doch wieder beim Kristaller, das mitzudenken, dann sind wir aber in einer völlig anderen Logik, wie Raum organisieren. Ja, das wird das Wichtige, wir werden es ja gleich weiter diskutieren in unseren einzelnen Sessions, also dieser Hinweis auf diese zentralen Orte. In vielen unserer bisherigen Arbeiten wird deutlich, dass sich dieses System der zentralen Orte verändert und massiv verändert. Wir erleben das gerade in der Phase der Pandemie umso schneller und beschleunigt, wie Multilokalitäten unsere Raumbilder verändern, das Raumgefüge verändern, also Themen, die wir gleich noch sehr intensiv diskutieren werden. Ich gebe nur einen kurzen Verweis, ich gebe dir die Frage nicht mehr zurück, weil wir werden den Arbeitsgruppen diskutieren. Es gibt viele Hinweise gerade, die sich sehr stark auf den Verkehrs- und Mobilitätsbereich beziehen, mit dem Hinweis geht doch lieber zu Fuß, als dass wir automatisierte Fahrzeuge haben. Wir müssen einfach sehen, dass viele Entwicklungen, Treiber aus der Industrie kommen, die Aufgabe wird sein, wie gehen wir damit um, wie reagieren wir darauf auch proaktiv und wir können wir neue Formen eben der Mobilität fördern, unterstützen, welche Rolle spielt dabei der physische Raum. Die Dinge sind immanent in der Raumplanung und das werden Aspekte sein, die wir gleich noch sehr intensiv diskutieren und es gibt weitere Fragen, die Maßstabsebenen, die Londoner Finanzdienste, die das Land entdecken, nur ein Hinweis, wir erleben gerade in den letzten Monaten sehr stark, wie beschleunigt durch die Pandemie die Suche nach Zweitwohnsitzen zunimmt und wirklich weit über das hinauswachsen, was den Speckgürtel ausmacht. Also all das sind Aspekte, wo wir noch nicht wissen, wie nachhaltig ist diese Entwicklung, aber vieles deutet darauf hin, dass uns vieles von dem, was uns unlieb ist, vielfach Realität werden wird. Ich wurde jetzt weiterleitend im Programm an meiner Kollegin Emilia spannende Aufgabe hat, all das, was wir derzeit diskutiert haben, in wenigen 15 Minuten, 20 Minuten, sorry Emilia, ich habe da gerade deine Zeit gekürzt, in 20 Minuten zusammenzutragen. Emilia, ich gebe dir das Wort. Die Prämisse unserer Studie ist es, das Thema eben in seiner Breite zu erfassen. Das heißt, auch wir wechseln die Perspektive im Diskurs und die digitale Veränderung beziehungsweise den Täter in Wandel und befassen uns weniger mit den technologischen Anwendungen als eben mit den räumlichen Konsequenzen, die damit heute schon teils einhergehen, aber auch künftig zu erwarten sind. Wesentlich ist uns dabei, räumlich zu differenzieren, das heißt, zu untersuchen, inwiefern sich Veränderungen für Funktionen, Nutzungsweisen, aber auch Standortanforderungen je nach Raumtyp unterscheiden. Und klar ist dabei aber auch, dass Transformationsprozesse nie allein durch die Technologie oder technologische Anwendungen angestoßen werden, sondern immer auch im Zusammenhang mit neuen Organisationsmodellen, Geschäftsmodellen, Akteurskonstellationen, aber letztlich auch den politisch-planerischen Rahmenbedingungen verstanden werden müssen. Das heißt, das Ziel ist, auf diese Fragen Antworten zu finden, aber auch die schon genannten normativen Fragen zu stellen. Was bedeutet das für uns als Planerinnen, für unser planerisches Handeln? Wie müssen wir diese Thematik integrieren oder aber sogar planerische Instrumente, wie wir sie heute auch einsetzen, justieren? Davon handelt eben der Abschlussdialog heute. Das erste, wir befassen uns eben mit diesen Fragen sektoral und dass zunächst da gerade die Digitalisierung aufzeigt, dass diese Themen im Wesentlichen nicht getrennt voneinander zu behandeln sind, sondern dass die Verflechtung dieser Themenfelder, die Wechselwirkung zwischen diesen Bereichen eine ganz wesentliche Eigenschaft des digitalen Wandels ausmacht. Wir haben basierend auf den Daseinsgrundfunktionen in einem Online-Survey diese Themenfelder und auch Handlungsfelder der Planung bewerten lassen, je nachdem, in welchen von Ihnen baumdierksame Veränderungen schon heute eben erkenntlich sind. Wir haben diese Themen dann in Folge weiter verdichtet und daraus eben sieben Bereiche ausgewählt, mit denen wir uns systematisch befassen wollen. Ohne jetzt zu viel auch wiederholen zu wollen, das bereits schon genannt wurde, möchte ich diese eben präsentieren und immer wieder auch aufzeigen, was im Zusammenhang mit Entwicklungen in Österreich dahingehend bemerkenswert ist. Das erste Themenfeld ist der Bereich der Arbeit, in dem die Digitalisierung einen Strukturwandel beschleunigt. dieser drückt sich räumlich vor allem in einer neuen Ortsunabhängigkeit aus, die für bestimmte Berufsgruppen und ganz bestimmte Tätigkeiten möglich wird. Weiter wirkt sich auch die Digitalisierung auf die Standortanforderungen aus, wie wir auch alle im vergangenen Jahr erlebt haben, dass sowohl an den klassischen Arbeitsstätten beziehungsweise Arbeitsstandorten als auch im Wohnumfeld die Anforderungen räumlicher Qualitäten steigt. Das betrifft beispielsweise die Nutzungsmischung, die Bereitstellung von unterschiedlichen Dienstleistungen. Das betrifft aber auch den Flächenbedarf. Kurzfristig können wir davon ausgehen, dass es eine Justierung von Flächen geben wird, vor allem auch in Bürobauten, beispielsweise hinsichtlich des Ausbaus von Kommunikationsflächen, die an Bedeutung gewinnen für Tätigkeiten, die eben Interaktion, Gruppenarbeit etc. brauchen. Langfristig müssen wir aber auch davon ausgehen, dass es zu Einsparungseinfekten kommt, die sich je nach Entwicklung am Arbeitsmarkt in unterschiedlichen Branchen auswirken, speziell aber in hochdigitalisierten Bereichen. Für Österreich können wir interessanterweise eben anmerken, dass hochdigitalisierte Branchen knapp über 20% der unselbstständig Beschäftigten Beschäftigen und interessant ist dabei auch, wie sich diese Arbeitsplätze räumlich verteilen, also geografisch verteilen und zwar haben wir eine höhere Konzentration dieser Branchen und Arbeitsplätze in urbanen Räumen und eine niedrigere Konzentration also nur 15% der Angestellten in nicht urbanen und ruralen Räumen arbeiten in hochdigitalisierten Branchen. Diese ungleiche regionale Verteilung deutet auf zwei unterschiedliche Aspekte hin. Einerseits eben auf räumlich strukturelle Unterschiede bezüglich der Integration von Digitaltechnik in diesen unterschiedlichen Branchen und andererseits deutet sie aber auch darauf hin und das wäre weiterführend zu untersuchen, dass unterschiedliche Raumtypen von möglichen Einsparungseffekten und Veränderungen in einem unterschiedlichen Ausmaß, in einer unterschiedlichen Qualität betroffen sein werden. Das heißt, weiterführende Fragestellungen betreffen eben genau diese Differenzierung je nach Raumtyp und der Auswirkungen in unterschiedlichen Bereichen, aber sie betreffen eben auch, inwiefern wir neue Anforderungen, die einhergehen mit Veränderungen im Arbeitsmarkt in bestehenden quasi Entwicklungsstrategien, Quartierstandortentwicklungen berücksichtigen müssen. Ein weiteres Themenfeld ist eben der stationäre Handel. Für den bedeutet die Digitalisierung, wie wir auch alle sehr gut wissen, eine Verlagerung von Frequenzen, Kaufkraft und Umsätzen in den virtuellen Raum. Das führt zu einer erheblichen Herausforderung, ist aber auch nur ein Trend von mehreren, der eben gerade Orts- und Stadtzentren unter Druck setzt. Räumliche Konsequenzen unterscheiden sich, also Räumliche Konsequenzen wie Leerstand, Schrumpfungsprozesse etc. unterscheiden sich ganz wenig je nach Lage innerhalb einer Stadt- oder Metropolregion, aber auch quasi ob es Kleinmittelstädte oder der ländliche Raum sind, wie eine BBSR-Studie schon 2017 untersucht hat. Was wir in den vergangenen Jahren speziell noch beobachten können, ist eben eine zunehmende Verzahnung zwischen Online und Offline, also nicht nur die reine Auslagerung, sondern eben die Verknüpfung dieser Kanäle, die einerseits auch ebenso zu einer Herausforderung für eine bestimmte Generation des Einzelhandels mit sich bringt, andererseits gehen auch da mit neuen Anforderungen für den öffentlichen Raum und für Architekturen her. Letztlich ist nennenswert, dass es eine gewisse Erlebnisorientierung gibt, sowohl im Einzelhandel, eben um diesen zu stärken, zu attraktivieren, wettbewerbsfähig zu machen, aber gleichzeitig auch eben in den Ansätzen, die davon handeln, wie können wir Zentren in Zukunft stärken und auch da geht es darum, sich abzuwenden von der monozentrischen quasi oder monofunktionalen Entwicklung von Zentren, die stark eben auf den Handel setzt, hin zu einer multifunktionalen Nutzungsmischung und Integration unterschiedlicher Funktionen in Zentren. Für Österreich ist interessant zu berücksichtigen, also einerseits gibt es bisher keine Daten zu den räumlichen Wirkungen der Digitalisierung im Handel, sehr wohl gibt es Daten zu den wirtschaftlichen Effekten und da ist interessant zu sehen, dass obwohl ein Großteil der österreichischen Bevölkerung intensiv Online-Shopping auch in Anspruch nimmt, beträgt der Anteil des Umsatzes, den der Internet-Handel für klein- und mittelständische Unternehmen ausmacht, nur neun Prozent. Das hat unter anderem damit zu tun, dass lokale Einzelhandel Unternehmen ihre Ware kaum online anbieten beziehungsweise zur Verfügung stellen, im Moment sind es knapp über zwanzig Prozent in Österreich und das hat sicherlich auch ein Einfluss darauf, wie sich eben diese unterschiedlichen Branchen im vergangenen Jahr also mit den Einbrüchen quasi im stationären Einzelhandel auch umgehen konnten, beziehungsweise mit den Rückgängen in den Umsätzen. Weiterführend ist da zu untersuchen, wie sich der Wandel eben in unterschiedlichen Raumtypen, aber auch unterschiedlichen Regionen unterscheidet und welche Chancen aber in der Repositionierung bestehen, wenn man gerade eben die genannten unterschiedlichen Funktionen miteinander integriert. In der Mobilität und der Logistik, es ist ja genannt worden, wir haben uns mit Avenue 21 sehr intensiv mit diesem Thema befasst, können wir davon ausgehen, dass Digitalisierung weniger zu einem Ersatz von bestehenden Modi führt, sondern zu einer erheblichen Vervielfältigung. Das betrifft einerseits den Wandel vom Besitzen hin zu nutzen, das betrifft aber auch die Vervielfältigung von Lieferdiensten und genauso auch die Zukunftsperspektive des Wandels vom Fahren hin zum Gefahren werden. Es ist mit einem Bereich, der am stärksten sich räumlich auch manifestieren wird, wobei auch hier wichtig ist, eben zu differenzieren, weil Einsatzformen je nach Siedlungsstruktur, Mobilitätssystem und eben auch nach Nutzergruppe unterschiedlich sind, beziehungsweise variieren können und auch die räumlichen Wirkungen können variieren, wie beispielsweise, die auch schon eben genannt worden ist, eine Veränderung der Nutzungsanforderungen betreffen, Veränderungen im Parkraum betreffen, Flächenreserven, die für neue Hubkonzepte notwendig werden, aber auch langfristig beeinflussen können, dass die Standortwahl von Betrieben und Haushalten sich verändert und es möglicherweise zu einer weiteren Zersiedlung kommt. Für Österreich möchte ich eben zwei Entwicklungen aufgreifen, die spannend sind. Einerseits eben die vielen, vielen Initiativen, die im Bereich des Mikro-ÖVs, aber auch des Sharings lanciert werden. Interessant ist gerade dabei nicht nur, dass sie sich speziell im peripheren, regionalen Raum befinden, sondern dass auch gerade dieser Mikro-ÖV-Sektor einer ist, der ganz wenig bisher auf digitalen Applikationen beziehungsweise auf digitalen Tools basiert. Das heißt, hier ist ein massives Ausbaupotenzial zu sehen, nicht nur um die Nutzbarkeit dieser Angebote im Sinne auch einer Mobilitätswende zu erhöhen, sondern eben auch räumlich die Erreichbarkeiten zu steigern. Ein zweites Themenfeld, das interessant ist, ist die intensive Entwicklungsdynamik in den Paketmengen, die wir gerade auch in Wien verzeichnen können. Diese bedeutet nicht nur eine Veränderung eben für Kurier- und Paketdienste und den Lieferverkehr, sondern bedeutet auch eine Veränderung für die räumlichen Anforderungen, die eben neue Logistikkonzepte umfassen, dezentrale Hubkonzepte, aber auch kleinräumige Abgabedeposen, Paketstationen, die zu integrieren sind. Das heißt, hier geht es auch darum, weiterführend sich damit auseinander zu setzen, wie diese räumlichen Nutzungsanforderungen sich unterscheiden, also in der Qualität und ihrem Ausmaß, aber gleichzeitig, welche räumlichen, regulativen Rahmenbedingungen brauchen wir, um die räumlichen Wirkungen in einem positiven Sinne zu steuern und zu lenken. Ein weiteres Thema ist das der sozialen Infrastruktur und auch hier bewirkt die Digitalisierung eine Flexibilisierung, Dezentralisierung und Individualisierung von Dienstleistungen und eine Verlagerung von eben dem Ort, wo Behandlung und Betreuung stattfindet, immer näher hin zum Nutzer, zur Nutzerin selbst. Gleichzeitig entstehen zum Beispiel, was die Nachbarschaft, die Gemeinschaft anbelangt, neue Möglichkeiten für die Vernetzung und Teilhabe, da speziell im virtuellen Raum Barrieren abgebaut werden können, um Informationen zugänglich zu machen. Andererseits ist auch wichtig zu betonen, dass gerade diese Netzwerke oder auch Plattformen eine gewisse Bereitschaft für diese Art der Kommunikation und des Austausches voraussetzen und andererseits, dass der gebaute Raum nicht an Bedeutung verliert, sondern dass es vielmehr zu einer Entwicklung der Hybridität kommt. Das heißt, das Analoge und das Digitale ergänzen sich auch hier. Für Österreich möchte ich das Thema der Bildung aufgreifen, da gerade sich in diesem Bereich im vergangenen Jahr sehr viel entwickelt hat und eine enorme Beschleunigung stattgefunden hat. Eine kürzliche Umfrage der Innovationsstiftung für Bildung hat ergeben, dass zwar eine, dass Lehrende, Lernende und Eltern grundsätzlich und im weitesten Sinne positiv gegenüber einer Zukunft mit Blended Learning gegenüberstehen. Gleichzeitig haben die Erfahrungen des letzten Jahres auch ambivalente Wirkungen gezeigt. Das heißt, den erwarteten Potenzialen stehen auch sogenannte Risiken entgegen, wie beispielsweise die soziale Verarmung, eine langsamere Inhaltsvermittlung und das Aufgehen der sozialen Schere. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass sich Schule und Bildung wandeln wird, auch unter anderem durch den Druck oder Erwartungsdruck von Schülerinnen der nächsten Generation, aber auf eine hybride Art und Weise, wie eben auch im Fall der Nachbarschaftsbezüge, da speziell, wenn es um das soziale Wohlbefinden, die Gesundheit, aber auch die persönliche Weiterentwicklung gibt, die physische Begegnung zentral bleibt. Auch hier betreffen weiterführende Auseinandersetzungen eben die Auswirkungen für Strukturen, räumliche Strukturen, aber vor allem auch für urbane Qualitäten, Modellationen. Das Wohnen oder der Bereich des Wohnens ist ein äußerst spannender, denn auch hier ermöglichen Online-Dienste und Plattformen nicht nur neue Wohnformen, sondern auch Lebensstile. Es kommt einerseits eben zu einer Auflösung der freundlichen Trennung zwischen Wohnen, Arbeiten und Produktion, die wir alle im vergangenen Jahr intensiv erlebt haben, aber es kommt auch zu einer Zunahme von multilogalen Lebensstilen, beziehungsweise wird diese Entwicklung, die auch zuvor stattgefunden hat, noch einmal beschleunigt. Das hat Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt, das hat aber auch Auswirkungen auf oder kann Auswirkungen auf Infrastrukturbedarf, Gesellschaft und lokalen Arbeitsmarkt haben und hat ebenso ambivalente Konsequenzen. Es kann einerseits eben stabilisierend wirken, gerade in peripheren Räumen, gleichzeitig kann es andererorts auch zu einer Preissteigerung im Wohnungsmarkt beitragen und Explosionseffekte eigentlich erzeugen. Für Österreich ist insofern interessant zu sehen, wie sich der Anteil an Homeoffice- tauglichen Arbeitsplätzen regional und geografisch unterscheidet. So umfassen knapp die Hälfte der Arbeitsplätze in Wien. Tätigkeiten, die auch von zu Hause, denen auch von zu Hause nachgegangen werden kann, währenddessen beispielsweise im Burgenland nur ein Drittel der Arbeitsplätze Homeoffice-tauglich derzeit sind. Eine zweite Entwicklung, die nicht im direkten Zusammenhang steht, aber doch in Zukunft und längerfristig auch in Wechselwirkung zu betrachten sein wird müssen, ist die Zunahme von Zweiprundsitzen in dieser Hinsicht. 2020 verzeichnen über 90 Prozent der österreichischen Kommunen eine Zunahme, einen Anstieg der Zweiprundsitze. Das ist eine Entwicklung, die auch durch das ortsunabhängige Arbeiten quasi begünstigt werden. Weiterführend ist zu hinterfragen, in wiefern eben neue Wohnmodelle und Lebensstile sich in unterschiedlichen Räumen ausprägen, auch vorzufinden sind, aber gleichzeitig, welches planerische Handeln es bedarf, abseits der Wohnungsmärkte, wenn man auch berücksichtigt, was die Anforderungen dann beispielsweise sind in der Infrastruktur, im Verkehr, aber auch im Arbeitsmarkt. Eines der letzten Themen, das ich ganz kurz anschneiden möchte, ist das, das die wesentliche Voraussetzung für viele dieser anderen Entwicklungen leistet, und zwar die digitale Infrastruktur und dessen Ausbau. Die erwarteten Potenziale sind uns allen sehr gut bekannt. Unter anderem betrifft das eben eine Steigerung der Lebensqualität, der Wettbewerbsfähigkeit, aber auch die Verbesserung von Energie- und Ressourceneffizienz. In diesem Zusammenhang gewinnen eben gerade neue Organisationen und auch Governance-Modelle an Bedeutung, wenn es um die Entwicklung von diesen und den Ausbau von neuen Breitbandnetzen geht, aber auch ganz neue Konzepte, wie eben die Smartbits sind möglich und anzudenken, die unterschiedlichen Sektoren miteinander vernetzen, um Effizienzen zu steigern. Interessant ist im österreichischen Kontext, dass Österreich zwar, was den Mobilfunk anbelangt, im europäischen Vergleich überdurchschnittlich abschneidet, was aber den ultraschnellen Breitband oder das Breitbandinternet und die Netzabdeckung anbelangt, fallen die Werte wesentlich schlechter aus, beziehungsweise ist der Ausbau wesentlich geringer. Zwar gab es einen signifikanten Anstieg von 2018 auf 2019. Inzwischen gibt es, also wir haben 29 Prozent der Haushalte einen Netzanschluss. Allerdings stellt das nach wie vor eine Nachfragelücke dar, weil da tatsächliche quasi die tatsächliche Coverage wesentlich höher ist und zwar über 80 Prozent liegt. Genannte Ursachen sind vielfältige, unter anderem betrifft es die topografischen Verhältnisse, aber auch die Besiedlungsstruktur in Österreich. Das betrifft aber auch die Zahlungsbereitschaft auf Seiten eben der Nutzerinnen und vor allem auch technologische Lock-in-Effekte. In weiteren Folge ist interessant, in dem Zusammenhang zu untersuchen, welche Organisationsmodelle und Prozesse es eben bedarf, interkommunaler und auf regionaler Ebene, um Ressourcen zu bündeln und diesen Ausbau zu fördern, aber gleichzeitig, wie eben auch diese Infrastrukturausbau in bestehende Entwicklungskonzepte integriert werden kann, mitgedacht werden kann, um an bestehende Ziele auch, an bestehenden Zielen ausgerichtet zu werden. Das letzte Thema in aller Kürze, da auch dieses genannt worden ist, ist der Tourismus, die Freizeit und die Kulturlandschaft, die wir in einem gefasst haben. Digitalisierung bewirkt hier eben eine Veränderung der räumlichen Wahrnehmung, eine Veränderung des touristischen Erlebnis, aber auch der Bewegung im Raum. Wege und Ziele werden vermehrt quasi schon vorgegeben durch die Bewertung von anderen. Es entstehen aber auch hier Möglichkeiten, neue Organisationsmodelle zu schaffen, Organisationsmodelle, um lokale Ressourcen und Angebote mit Gästen zu verknüpfen und im positivsten Sinne einen Rücklauf lokal zu erzeugen. Das betrifft Mobilitätsangebote, die beispielsweise auch dann Vorteile generieren können, die in der lokalen Wirtschaft dann zum Einsatz kommen. Das betrifft aber auch regionale Nahrungsmittelproduktion und den Vertrieb dessen. Für Österreich möchte ich die genannte These von Professor Engelke kurz aufgreifen und zwar, dass Social Media aber in meiner Ansicht auch Plattformökonomie im weiteren Sinne Steuerungsprozess unterlaufen kann. Am Beispiel der Vermietungsplattform Airbnb sehen wir das, die in Wien über 8000 Wohnungen verwaltet und zwar mit dem Slogan, das Reisen wie Einheimischen, wie Einheimische zu ermöglichen oder das erlebbar zu machen, wie Einheimische. Die Wirkungen, die Airbnb auf dem Wohnungsmarkt aber nach sich zieht, widersprechen genau diesem Anspruch, da die angebotenen Wohnungen zu einem gewissen Anteil eben dem Wohnungsmarkt für lokale Bevölkerung entzogen werden und sich innerstädtisch gleichzeitig in den innerstädtischen Bezirken konzentriert, was bedeutet, dass gerade die lokale Bevölkerung auf diesen Anteil der Wohnungen einen geringeren Zugriff hat und Gäste dann umso mehr ein Erlebnis haben wie Touristen und nicht wie Einheimische. Weiterführend ist da eben zu fragen, welche Chancen und Grenzen für diesen lokalen Rücklauf, den ich genannt habe, für den regionalen Rücklauf bestehen und wie diese auch gestärkt werden können. Ganz abschließend, weil eben die Frage der Instrumente und der planerischen Ansätze heute noch ganz intensiv diskutiert wird, möchte ich nur die Herausforderungen nochmal so summieren für die Raumentwicklung, die sich eben daraus ergeben, dass räumliche Funktionen zunehmend hybrid und seitlich flexibel werden. Räumlich funktionale Bezüge verflüssigen sich aufgrund der Digitalisierung. Das Analoge wird mit dem Digitalen verknüpft und es bedarf zunehmend auch der Gestaltung von baulich-räumlichen Schnittstellen und nicht nur den digitalen und virtuellen Schnittstellen. Wir sehen, dass es zu Wohnort- und Standortdynamiken kommt und kommen kann, die zukünftig auch Konsequenzen für Siedlungsentwicklung, Wohnungsmärkte, aber auch den Infrastrukturbedarf nach sich ziehen können. Es wandeln sich, wie auch schon genannt worden sind, eben die Zentrenfunktionen, die einen Bedeutungsanstieg der Nutzungsmischung, aber auch der Aufenthaltsqualität mit sich bringen und es vervielfältigen sich die Nutzungsanforderungen im öffentlichen Raum. All das sind Entwicklungen, mit denen wir uns in den nächsten Diskussionsrunden weiter auch intensiv befassen wollen und dann im Nachgang vor allem die Frage stellen wollen, wie ist darauf raunplanerisch zu reagieren? Wie sind diese Gedanken, diese Entwicklungen auch in unser Handeln aufzunehmen? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Besten Dank, Emilia. Das ist wirklich eine Herausforderung in dieser kurzen Zeit, all die Dinge zusammenzubringen und natürlich bleiben immer Fragen offen und das sieht man auch in der Chat-Funktion, aber das liegt in der Sache begründet letztlich. Wir werden uns mit den Dingen weiter auseinandersetzen jetzt und nur ein Aspekt, weil immer wieder die Frage auftaucht, also was sind denn die raumwirksamen Entwicklungen? Wir haben das versucht, jetzt in diesen kommenden fünf Sessions Arbeitsgruppen vertiefend zu diskutieren. Ich kann nur aufrufen, das, was Emilia gerade sagt, im Bereich Zentren und Handeln. Wir erleben doch schon seit Jahren nicht nur digitalisierungsbedingt, sondern strukturell bedingt, wie sich die Bedeutung der Zentren verändert. Und wir erleben das umso deutlicher jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie, wo die Zentren leer sind, ihrer die Attraktivität fehlt, vieles sich auf die Couch verlagert hat im Online-Handel. Die Frage, was kommt davon eigentlich zurück und wie gehen wir mit dieser Herausforderung um? Wir erweitern, wie die Funktionen der Zentren, das werden wichtige Themen sein, die daraus resultieren. Der andere Aspekt, den Emilia aufgerufen hat, im Bereich Mobilität und Logistik. Jens Damstadt hat gerade eine Werbeeinwendung gemacht zu unserer neuen Publikation, Steuerung und Planung zu automatisierten verkehrspolitischen und planerischen Aspekten. Da haben wir uns sehr intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt. Diese Zukunft des Digitalisierenden im Verkehr- und Mobilitätsbereich ist nicht weit weg. Sie ist nah. Und die Entwicklungen, die sich da abspielen, gerade in vernetzten Systemen, bringen uns dazu, Mobilitätskonzepte neu zu diskutieren. Sie bringen uns dazu, die Grenzen zwischen öffentlichem und privatem Verkehr neu justieren zu müssen. Sie haben neue Raumanforderungen, was Hubs betrifft, in den Städten die Rolle von Bahnhöfen, Umstiegspunkten. All das verändert sich so tiefgreifend. Und wenn wir da nicht vorausschauend agieren, dann bleibt vieles auf der Strecke und wir können am Ende nur noch reagieren, statt wirklich planerisch zu agieren. Das wird Thema sein, der Gruppe im Bereich der Mobilität. Und der dritte Aspekt, den wir wieder aufgerufen hatten im Bereich Wohnen und Arbeiten. Wir erleben doch jetzt schon, wie die Entgrenzung wirkt. Wir sehen gerade auch, wenn man sich mal die Wiener Situation anschaut, auch im Bereich der Immobilienentwicklung, wie ganz neue Modelle auch entwickelt werden aus der Immobilienwirtschaft heraus. Aber wir erleben gleichzeitig, wie der Druck auf die weitere Region wächst, wie sich Standortgefüge verändern, wie sich Bodenpreise verändern und wie darüber ganz neue Modelle wieder entstehen. Das sind alles so tiefgreifende Dinge, mit denen wir intensiv letztlich arbeiten müssen in nächster Zeit. Es sind ein paar Anmerkungen, aber auch Fragen gekommen. Eine Frage, die auch aufgekommen ist, wäre zum Beispiel zum Thema Nachfragelücke Coverage. Zum Beispiel hier war die Anmerkung, dass das nicht heißt, dass die Verkabelung bis ins Haus zum Beispiel verfügbar ist. Also das sollte man mit bedenken. Dann haben wir auch ein Thema mit Reisen in Zukunft. Wenn alle zu Hause bleiben, hat das massive Auswirkungen natürlich auf die Raumentwicklung und auf die Infrastruktur. Und zu einer weiteren Frage, die im Chat auch aufgetaucht ist. Da geht es um, welche neuen Vokabeln und damit hybriden Konzepte von räumlichen Elementen brauchen wir? Also die Frage fand ich sehr spannend, vor allen Dingen, wenn es um eben Vokabeln geht, welche Wörter müssen wir verwenden, um eben auch neue Konzepte in die räumliche, also in die räumliche Umsetzung zu bekommen. Genau. Sonst gab es sehr viele Anmerkungen auch, sehr viele Inputs, sehr spannende. Wir werden das alles mit aufnehmen. Und die letzte Frage, die wir noch im Chat hatten, Ergänzung zu Manfred Schrenk. Das digital unterstützte Ortszentrum als ideale Ort der Anbindung an Dienste aus den Städten. Und ein, was gerade auch reingekommen ist, Ortsmitte 2.0 zum Beispiel, also auch als Anmerkung dabei. Natürlich ergeben sich ganz neue Modelle, auch in ländlichen Räumen, auch neue Konzepte für Zentrenentwicklung. Da müssten wir über die üblichen Zuordnungen, glaube ich, neu nachdenken. Emilia, willst du noch ganz kurz auf das, noch kurz reagieren auf die Funktion, auf die Beiträge gerade? Ja, ich freue mich, dass so viel Input kommt. Ich glaube, das ist für uns sehr wahnsinnig wertvoll und hilfreich, auch in der weiterführenden Auseinandersetzung. Die Frage der Begrifflichkeiten finde ich sehr spannend, weil auch in der Auseinandersetzung immer wieder auffällt, dass wir mit denselben, also wir sprechen immer wieder von Hybridität, aber ich denke, dass in unterschiedlichen Themenfeldern und Bereichen wir das auch anders qualifizieren werden müssen. Und gerade diese Überlagerung, diese Wechselwirkung in den unterschiedlichen Themenfeldern ist eine Frage, mit der wir uns auch ganz intensiv in Zukunft auseinandersetzen wollen im Rahmen dieses Projekts. Das heißt, welche Konzepte, welche Begriffe müssen wir entwickeln? Denke ich, sollte auf jeden Fall ein Thema, ein Augenmerk sein in unserer vertiefenden Beschäftigung.